Heute schauen wir uns das clevere Crosscall X-Link Zubehör einmal genauer an und beleuchten auch die Funktionen. Bleibt dran! Hallo, ich bin Stefan von Produs und freue mich, dass ich wieder den Oliver Kelm von Crosscall bei mir habe. Oliver, herzlich willkommen! Dieses Mal hast du was zu eurem cleveren Zubehör, dem Crosscall X-Link, mitgebracht. Aber was ist denn dieses X-Link? Bei den Geräten ist da ja hinten irgendwie hier so ein magnetischer Rahmen, aber erklär uns das mal. Ja, also das ist ein spezielles System, was wir schon seit vielen, vielen Jahren bei unserem Telefon im Einsatz haben. Und das ermöglicht einem, sowohl das Gerät schnell zu laden, normal zu laden, Daten zu übertragen, also im Prinzip wie ein USB-Anschluss, aber viel komfortabler, nämlich ad hoc und dazu auch noch magnetisch. Okay, also dann schauen wir uns das jetzt in dem Gerät einfach nochmal an. Das ist ja hier dieses Stellar X5. Dazu verlinken wir euch hier oben auch nochmal, haben wir auch schon mal ein Video gedreht. Also das hat auch einen ganz normalen USB-C-Anschluss und du behauptest, alles was der USB-C-Anschluss kann, kann auch dieser X-Link auf der Rückseite. Genau, also es ist quasi Funktionalität für schnelle Laden, aber auch für Datenübertragung kann ich halt diesen Anschluss nutzen und das gibt es auch nicht nur bei uns bei dem Stellar X5, sondern bei all unseren Telefonen findet ihr das wieder. Also ist das quasi ein super Feature, wie ich finde. Und dann haben wir hier auch schon das erste Produkt, das ist das sogenannte X-Table und das hat hier einen USB-A-Anschluss, gibt es jetzt auch dann neu mit USB-C. Und ich stecke das jetzt in den handelsüblichen Adapter und was ganz witzig ist, du hast es gesagt, das ist magnetisch. Ich zeige das jetzt mal. Es zieht sich also wirklich hin und es hält jetzt nicht ganz das Gewicht, aber es ist schon immer wieder, dass es dann tatsächlich den Kontakt sucht. Und man sieht jetzt auch, es lädt, es vibriert jetzt auch und damit ist es sowohl die Ladefunktionalität als auch Daten. Und jetzt kann man sich wirklich vorstellen, wie sehr man hier unten diese Klappe entlastet, weil es ist ja ein super robustes Telefon. Ganz genau. Auch für taffen Einsatz, auch Outdoor, auch Regen, auch Staub. Und das könnte sich natürlich bei dauerhafter Nutzung so ein bisschen zu einer Schwachstelle entwickeln. Ja, also das ist natürlich wie bei allen Dingen, wo halt Dreck reinkommen kann oder mechanische Reibung entsteht, kann halt auch was kaputt gehen. Und dadurch verhindere ich das einfach und ich brauche es nicht. Also unterwegs laden, synchronisieren, wenn ich nicht sowieso mit dem Internet verbunden bin. Okay, so super clever. Was kostet denn so ein Produktion Kabel? Was muss man dafür anlegen als Endkunde? Knapp unter 20 Euro fängt es halt an, aber da haben wir auch noch viele andere spannende Sachen. Und es gibt ja noch eine Sonderaktion, solange Vorrat reicht. Mit den Crosscall Smartphones gibt es auch dieses X-Cable bei Produs einmal gratis. So viel zum Werbeblock. Dann lass uns jetzt mal zu dem X-Doc kommen. Das schaut eigentlich aus wie eine Tischladestation, die ich mir irgendwie ganz nett auf den Schreibtisch stelle. So ist es wahrscheinlich auch gedacht, ne? Ganz genau, so ist es gedacht. Es hat ein paar spezielle, wirklich spannende Sachen noch. Also ich kann auch hier, hinten hat es auch einen Ausgang, sodass ich halt den USB-Port, den ich belege, auch wieder weiterführen kann. Es hat eine spezielle Untergrundfläche, die, wenn ich sie wieder anfeuchte, dass sie halt wieder den Saug-Effekt hat. Das geht halt wirklich über die ganze Zeit. Und es gibt ein LED, wenn es angesteckt ist. Genau. Und wenn es lädt, dann probieren wir das auch gleich nochmal aus. Und zack, dran ist es. Und du hattest ja eben gezeigt, dass das halt nicht hält. In dem Fall hält es hier. Da ist die Magnetfläche groß genug, das nicht runterrutscht. Und alles für den PC oder am Desktop, am Schreibtisch reicht das völlig. Was muss man denn dann für diese Ladestation investieren? Ja, also die unverbindliche Preisempfehlung und ab sofort halt auch bei Brauders verfügbar ist 49 Euro. Also knapp 50 Euro. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch nochmal andere Produkte an. Und da greife ich jetzt hier einmal zur Seite. Und das ist tatsächlich jetzt ein KFZ-Halter. Heißt XK Pro. Und kann man hier mit einem Saugnapf entsprechend festmachen. Jetzt ist das natürlich ein Holztisch. Da ist das jetzt nicht ganz so gut zu zeigen. Aber hält auch wirklich gut an der Fensterscheibe. Und hier den Gummi nochmal sauber gemacht. Natürlich nochmal deutlich besser. Und hier zeige ich jetzt mal, ihr habt auch Feature-Phones. Und werden auch wieder neue Feature-Phones kommen. Das darf man vielleicht schon mal ankündigen. Aber das zu dem späteren Zeitpunkt drehen wir vielleicht auch ein Video wieder drüber. Und der Vorteil ist, dass ich das jetzt hier nicht nur einmal das Magnetische anziehen lassen kann. Weil jetzt kann man sich vorstellen, dass es natürlich dann auch Schlaglöcher oder irgendwelche anderen Dinge auf der Straße gibt. Sondern es ist jetzt hier sogar nochmal so ein spezieller Cradle, ein Halter dabei. Und da kann ich dann das Gerät, man hört es, auch nochmal festklicken. Und damit hält es natürlich dann bombenfest. Also wirklich sehr, sehr fest. Also französische Polizei, Fahrrad, Motorrad und so weiter setzt das halt ein. Die französische Polizei setzt das ein? Ja. Also auf dem Motorrad, also überall im Auto und so weiter. Und da könnt ihr euch das hier nicht vorstellen. Da geht es auch manchmal ganz schön zur Sache. Okay, also das heißt, die französische Polizei ist tatsächlich komplett ausgestattet mit Crosscall, weil ihr ja auch ein französisches Unternehmen seid. Und damit auch die französische Bahn beispielsweise ja auch eure Produkte nutzt. Und insofern, ihr wollt jetzt Deutschland erobern mit euren cleveren Lösungen. Also erobern nicht. Also das ist schon eher freundschaftlich. Aber ja, es ist richtig. Also die Herzen der Kunden natürlich. Genau. Und so ist es gemeint, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Also insofern, hier cleverer Halter. Der ist jetzt in der Preisleiter, geht nochmal ein bisschen nach oben, gibt hier ein tolles Gelenk auch, kann man in alle Richtungen drehen. Also wirklich gut. Was soll der denn kosten? Genau, also der liegt bei 69 Euro, also kurz unter 70 Euro, die Pro-Variante. Genau, es gibt dort auch noch eine andere, aber da gehen wir jetzt heute so in der Stelle nicht drauf ein. So, und dann gibt es eine Powerbank. Also jetzt mal ganz ehrlich, Oliver, Powerbank gibt es doch überall. Genau, Powerbank gibt es überall, aber hier haben wir auch wieder das X-Link-System mit dabei. Und ja, also kann man quasi wie im Sandwich benutzen. Also dann zeige ich dir das einfach mal. Also hier haben wir wieder diese Tischladestation, um es mal zu demonstrieren. Dann geht, ah, genau. Also ich kann halt in beide Richtungen dort auch mit der Powerbank. Da sind natürlich halt auch verschiedene Anschlüsse dabei. Sie liegt auch wirklich sehr gut in der Hand. Ich zeige das hier nochmal, Sandwich, damit man es von der Seite auch nochmal sieht. Und ich könnte das Ganze jetzt auch nochmal ändern, indem ich sage, ich nehme das Netzkabel hier einmal aus dem Stecker, packe das dann quasi in den Ausgang der Powerbank und habe jetzt natürlich die Stromversorgung. Genau, könnte zum Beispiel das laden und kann das Ding hier auch nochmal mit drauf packen, als Beispiel. Dann habe ich sozusagen verschiedene Sachen, die ich dort halt kombinieren kann, also sehr flexibel einsetzbar. Und genau, hier habe ich halt auch nochmal eine Anzeige. Also mega gut, ich nehme zurück, dass es x-beliebige Powerbanks gibt. Ihr habt auf jeden Fall eine, die ganz besonders ist. Was muss der Kunde dafür anlegen und wie viele Milliampere Stunden hat die denn eigentlich? Ah, 6000 Milliampere Stunden. Ganz genau. Vielleicht hilft sie uns nochmal einmal mit dem Preis, die der Kunde da tatsächlich irgendwie investieren muss. Ja, also das ist auch unter 50 Euro und der UVP dort an der Stelle. Und es ist halt eine Powerbank sowohl für unsere Geräte als auch für alle anderen Geräte. Für Anze funktioniert es auch, aber mit euren natürlich besonders gut. So, also über x-Link laden kann man ja jetzt toll machen, aber ich kann doch auch Wireless laden machen. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Ja, also beim Wireless laden, da habt ihr wahrscheinlich halt auch selber Erfahrungen gemacht, sind eigentlich zwei Dinge, die nicht so angenehm sind. Also A, es braucht deutlich länger. Diesen Leistungsverlust haben wir beim Laden nicht. Und zum anderen die Wärmeentwicklung. Also beim Wireless laden entsteht normalerweise sehr viel Wärme. Das haben wir bei unserem System nicht. Okay, also das kann ich bestätigen, bei mir Wireless einmal im Auto, da kannst du das Handy hinterher manchmal fast gar nicht anfassen, weil es so warm wird. Und hier muss ich sagen, passiert tatsächlich keine Wärmeentwicklung. Also das ist nochmal ein entscheidender Vorteil des Systems. Ja, also ich finde, dass dieses x-Link-System ein sehr, sehr cleveres und durchdachtes ist. Dich brauche ich nicht fragen, weil du willst ja verkaufen. Du denkst das natürlich auch. Die Frage ist, wie ihr das findet. Also insofern hinterlasst mir ordentlich Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Use Cases von Grosskoll sehen wollt, dann natürlich auch im Kommentar hinterlassen. Dann schauen wir mal, ob wir den Oliver das nächste Mal gewinnen können, dass er uns noch ein paar Dinge mehr erklärt. Ich sage danke, Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao.